So und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crisis 2 Alles klar, mir wurde mal hier wieder frecherweise ins Wort gefallen Wiederholt Uh, der hat ein Scharfschützgewehr Oh, verdammt So, den hätten wir erledigt Scheiße Ja, ne Daraus wird nichts, Mädels So, mal schauen Wir haben dafür schon Schalldämpfer, das ist sehr gut Ja, und ich drücke Escape So, dann wollen wir doch mal sehen Genau, gehen wir erstmal wieder hier kurz raus Na Böse Das war sehr böse von dem So, dann wollen wir mal sehen, ob wir hier nicht Welche markieren können Wo war das noch gleich Da war der Visor, genau Oh, da sind Fässer Und der holt Verstärkung Na, klasse Was war, ah, da kommen die her, okay Der steigt erstmal aufs Dach Oh, da kümmern die sich schon drum Das ist ja sehr nett Ne, eigentlich nicht Eigentlich sogar ziemlich beschissen So, dann versuchen wir doch mal Zack Wie zur Hölle hat der mich jetzt gesehen? Ich meine, ich bin eindeutig außerhalb der Sichtweite Na, egal Er ist sowieso der nächste Scheiße Na Pissnaken, ey Och Mann, müssen die wieder so stratzen hier Kann man nicht irgendwie hier auf Luft anhalten? Naja Ach ja, immer wieder schön Geh mal weg da vom Geschütz Ja, geh du mal ran Ah, sehr schön Mit dem Scharfschützen Wer bleib ich im Tarnmodus? Das verbraucht nur einen ordentlichen Rutsch Energie So, den da hinten erledige ich noch Ich hoffe, die da vorne treffe ich mit einer Granate Der da hinten ist nur so weit weg Dass ich den am besten wegsnipe Kurz mal nachladen Tarnmodus an Wo haben wir denn meine Granaten? Da haben wir sie Wuhu Wuhu, Alter Hat der einen Abflug gemacht Wie geil Ja, das lief doch Ausnahmsweise mal richtig gut Würde ich mal sagen Unter hier Und hier rein Dann kann ich das Oh, Granaten Das ist ja Timing pur hier Sehr gut Jetzt habe ich auch wieder Scharfschützenmunition Hoffe ich Jawohl Sehr gut Kann ich ja mal gerade mal gucken Ob ich nicht zufällig noch irgendwo jemanden übersehen habe Sieht aber nicht danach aus Gut Trotzdem würde ich mal sagen Nicht die Granaten Nicht den Raketenwerfer Noch nicht Das Ding und dann Tarnung an und rein da Okay Mal schauen, ob ich da durchkomme Na ja Okay, das war Eigenartig Aber interessant Warum nicht Warum auch nicht Ne Ja Das immer noch nicht So Sind hier oben denn noch welche Sieht nicht danach aus Gut Gut Würde ich mal sagen Runter Und Rein hier Kann ich nochmal schön Munition auffüllen Ach ja Dann mal wieder Energie aufladen Gehört dazu Ich habe jetzt auch Nahkampf auf eine andere Taste gelegt Weil mir das doch nicht so gut gefallen hat Allerdings habe ich fett den Hals geliftet Verpiss dich So Mal ein bisschen Energiespann so nebenbei Scheiße Musste ja so kommen Bam Jawohl Genauso muss das laufen Sehr gut Ja das läuft doch alles in allem Geil Das ist uncool gewesen Das hätte mich Warum bin ich da nicht drauf gekommen Das wäre voll geil gewesen Damit hätte ich die voll abfacken können Naja Gehen wir mal rein und schauen uns mal hier drin um Ja ich mit dem Durchschalten hier mal wieder Ich dachte schon die hätten mich jetzt wieder gesehen gerade Das wäre ziemlich Unlogisch gewesen So hier ist noch einer drin Nicht mit mir hier Nicht mit mir Wollen wir doch mal schauen Oh sehr gut Munition ist nie verkehrt So das war der letzte Den habe ich auch zu Brei verarbeitet Ach hier hätte ich auch reingekonnt Na klasse Na egal Kann man ja nicht wissen Ich habe allerdings vergessen wo es hier lang geht Hier rein offenbar Alter Mein Bildschirm ging gerade voll ab Das war Ziemlich nervig Naja ich nutze die Chance kurz um was zu trinken Oder auch nicht Scheiße Vielleicht doch noch geschafft Na egal Schauen wir mal wie weit wir hier kommen Was wir hier Noch so reißen können Oh der hat sich da gleich schlafen gelegt So drei Gegner Aber ich weiß noch ganz genau Was das nicht alle waren War ich zumindest der Meinung Der hat nämlich nur drei gesehen Hier war aber noch ein vierter Und dann hatte der mich schon mehrfach gekillt Oder das ist nur manchmal so Gut Na Bequem So Ich gucke mich hier mal kurz um Was wir hier noch so Irgendwie Waffenmäßig finden können Mitnehmen können Hier gibt es so einen Ultra Nachschub Ja ist ja gut Musste ich das nicht irgendwie Zerstören Hä Ah Noch ein paar Schüsse mehr Na dann Kommt der jetzt hier hoch Nee Ein Heli kommt angekackt Alter schlampe freck Ja das tut mir leid Alter wie viel hält denn der Pisser da aus Na also Wusste ich es doch Wusste ich es doch Das wusste ich aber nicht mehr vom Durchspielen Sondern ich habe mir einfach Dass die in den Rücken fallen werden hier Das habe ich mir schon irgendwie gedacht Das ist typisch So Boom Alter Rauch Der Heli kommt wieder an Ja Kommt der tatsächlich Alter Scheiße Verkackte Pisse hier Ah Bullshit Wenn er mal Ruhe gibt gleich Kann ich ihm auch nicht schön So Scheiß auf Tarnung Alter Der schluckt aber auch Hier wieder Das ist ja nicht normal Jawoll Astreiner Kopfschuss So Jetzt kommen die Kollegen hier gleich wieder an Oder Ha Okay Was kommt jetzt Da oben kommen sie Und hier So Kriegen die gleich mal zwei ab Korrekt Du kleiner Pisser Da oben Du wirfst keine Granate nach mir Scheiße Ups Okay Die sind immer noch kalt gestellt Ach komm Das waren schon zwei Headshots Oh Gott So Jetzt ist aber hier Ruhe angesagt Vorerst Er ist ja gut Bomben sie auf den Grund des Flusses Okay Das war es noch nicht Das bezweifle ich Ups Da wollte ich etwas zu schnell Oh guck mal Der kommt mir sogar entgegen Wie nett Schön nach oben bleiben Ey Na Da ist er Fand ich nicht nett So Das nicht Das So Dann hole ich mir hier nochmal ein bisschen So Alles klar Ficksa Verpiss dich Wuuu Da fällt er So Dann Das Spiel kann ich auch spielen Ah Oh Naja Ich sagte nicht Dass ich gut da drin bin Ich hab die ganze Zeit das Gefühl Der kommt Da kommen bestimmt gleich wieder welche raus Kam doch auch beim letzten Mal Da kamen sie doch mit einmal von hinten an Oh der Healy ist wieder da Aber Ne Offenbar Alter Mit Raketen feuern kann ich auch Warte kurz Der muss nur in Reichweite kommen Im Bereich Im Zielbereich Ich Ich Passt To